Das muss ich, glaube ich, wieder ein bisschen zusammenschneiden. Ähm... Ich wollte das gar nicht. Ich habe auf den Schreibtisch gehauen und dabei ist das HDMI-Kabel mit der PS4 rausgegangen. Oh, was? Ey, wie soll ich mich auf beide konzentrieren? Ich hasse das. Wirklich. Ich glaube, ich bleibe erstmal in der Luft und attacke hier den Scorpion. Die schrägen Sechs, das dreckige halbe Dutzend. Wir ermahnen von Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm Sechs. Ja, dann bitte, du machst dich lächerlich. Mach doch! Okay. Puh. Ich habe ihn getroffen. Das war... ...glaub ich... ...ziemlich gut. Oh mein Gott. Komm runter und hilf, du Rass. Jungs, bitte. Von mir ist genug für alle da. Ach, shit. Das ist gar nicht so einfach, wie das hier aussieht, ne? Falls ihr denkt, das wäre einfach, dann werdet ihr gewaltig. Ihr müsst bedenken, dass Rhino ziemlich großer Charakter ist und daher doppelten und dreifachen Schaden ausführt. Was? Was hat Orkavius dir versprochen, Logion? Der kann da hochspringen? Aber hier kann er nicht hochspringen. Safe nicht. Höchstens. What the fuck? Ey, was zum Teufel geht hier ab? Den habe ich doch gesucht gerade. Ich habe ihn nicht gefunden. Hast du das nicht kommen sehen? Okay. Ich habe ihn getroffen. Wow. Wie auch immer. So. Gute Gefahr? Ich bin schwarzer Gefahr. Langsam glaube ich, ihr braucht mich gar nicht. Kommt ihr beiden das alleine hin? Wenn ich mich auf Skorpion konzentriere, wo ist er hin? Oh. Oh Gott. Oh shit. Konzentriere ich mich halt erst auf Rhino. Das ist doch unfair. Wer war du und er hat dafür bezahlt. Was zum Teufel? Wo ist er jetzt schon wieder hin? Ey, ich hasse das. Man verliert hier so schnell den Überblick. Ernsthaft. Und beide auf dich gleichzeitig zukommen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich glaube, ich schalte erstmal Skorpion aus. Und das mache ich, indem ich in der Luft bleibe. Kann ich ihn, denke ich, am einfachsten treffen. Ich werde es auch keinem sein. Okay. Du deine Schwäde lachen lassen. Warum bleibst du der Rettmann? Ey, das ist jetzt nicht wahr. Fick dich's auf. Ich hasse. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Ja, du, du Freakshow. Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt. Alter. Das ist doch nicht wahr. Ernsthaft? Gut, Juri. Damit wären es vier. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer und Oscorp zieht sich mit dem Antiserum. Die haben das Monopole und wittern jetzt wohl das große Geschäft. So ist er eben, unser geliebter Bürgermeister. Den Fall Teufelsatem übernimmt meine ganz eigene Spezialagentin. Einfach. Peace, hey, ich hab sämtliche Datenbanken des Landes durch. Wenn es dieses Teufelsatemlabor gibt, dann nicht offiziell. Man könnte wohl nur noch in Normans persönlichen Dateien nachsehen. Den Computer in seinem Büro habe ich schon durch. Meinst du etwa sein Penthouse? Sable hat dort überall Leute. Wenn die mich sehen, könnten andere Bewohner ins Kreuzfeuer geraten. Ich weiß, ich versuche unbemerkt hineinzukommen. Ich schleiche mich rein, finde das Labor und gehe wieder. Wenn etwas schief geht, kann ich Verstärkung rufen. Okay, riskant, aber wir brauchen die Position. Warte, bis ich in der Nähe bin. Dann geht's los. Bin dann bereit. Oh mein Gott. Das nennt sie einfach. Nicht einfach. Und Wido war einfach. Alles klar. Wido und Scorpion waren einfach. Will ja nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass sie sich ein bisschen verguckt hat. Ich will nicht wissen, wie oft ich gestorben bin. Bestimmt sieben, acht Mal. Kann gut möglich sein. Jetzt kommt es so wieder. Wie habe ich das geschafft? So. Der lässt mich bitte jetzt auch in Ruhe. Äh, hallo. Dann halt nicht. So. Gut. Was, da sind noch mehr? Och, nee. Nee, das sind Sable-Tupen. Wie kann der denn mehr? Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Bitte. Tut mir das doch nicht an. Tschüss. Ein Teil von mir würde gern einfach Sable und die Dämonen aufeinander loslassen. Ein ganz winziger Teil. Lol. Aber trotzdem. Das gehört dazu. Okay. Es war ein ziemlich harter Kampf. Ich bin einmal ausgerüstet. Weil es einfach viel zu unfair war. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht es dann tatsächlich mit den DLC weiter. Wir sind bei 90%. Ähm. Dritter DLC. Im nächsten Part startet der dritte DLC. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Liken, kommentieren und teilen. Und bis zum nächsten Mal. Freunde. Tschau, Leute. Ratet mal, was ich von Schlägern halte. Okay, den Kaffee kriege ich noch. Was macht ihr eigentlich hier voll in der Ecke? Ihr seid hier vollkommen weird. Ihr seid ziemlich komisch. Gesell. Ja. Das sagst du bestimmt beim Kui zu Sau. Geschafft. Ich bin gekommen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.